Hallo, ich bin Soraya und das ist mein Mann, Max, und wir sind zusammen das Paperlooks Studio aus Hamburg. Unser Beitrag zu Hamburg ist, dass wir fest an die Kombination handwerkliches Design und designtes Handwerk glauben. Und das bringen wir zusammen zum einen mit unserem Designstudio Paperlooks, wo wir viel mit Papier und Materialien wie Leder und Kartons etc. arbeiten. Und mit unserer Buchbinderei, wo wir im wahrsten Sinne Bücher binden, aber eben nicht nur das, sondern auch ganz viele andere haptische Objekte entstehen lassen. Das Karo-Viertel gefällt uns sehr gut. Im Karo-Viertel ein kleines japanisches Café mit dem Namen Doku, wo es in der Mitte von der Marktstraße ist. Und grundsätzlich das Umfeld im Karo-Viertel ist super, super schön. Ich gestalte Hamburg bunt und wir machen das alle zusammen. Bis zum nächsten Mal.